Hier ein Anker aus Holz zum befestigen von einem Tornetz. Hier in die Erde eingeschlagen. Genau so ist es nämlich. Hier das Tor im Gesamtbild. So sieht es aus. Hier wurde das Tor erneut geflickt aufgrund eines großen Loches im Netzbereich. Jetzt gehen wir noch zum anderen Tor und schauen was da so los ist. Das ist das zweite Tor hier in Lille auf dem Bolzplatz. So schaut es hier aus. Das Holz ist vollkommen ausgebrochen und die Stangen ragen hier raus und sind zudem noch völlig verwogen. Das ist echt schwierig das wieder herzurichten hier. Das Netz geht noch hier. Ja geht. Aber hier das muss man reformieren. So sieht es aus. Ja. Und wir machen uns auf den Weg. Ciao. 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 Sorry.